Fremde aus fernen Ländern, langjährige Freunde, ihr seid hergerufen worden, damit wir auf die Bedrohung Mordors reagieren. Worauf warten wir dann noch? Ja! Er ist ein Geschenk. Ein Geschenk an die Widersacher Mordors. Warum sollen wir ihn nicht einsetzen? Du kannst ihn nicht einsetzen. Niemand kann das. Denn der eine Ring gehorcht nur Sauron allein. Ein Waldläufer versteht nichts von solchen Dingen. Er ist kein einfacher Waldläufer. Das ist Aragorn. Arathorns Sohn. Sogar die Original-Synchron-Stimme. Gondor braucht keinen König. Der Ring ist durch und durch böse. Man muss ihn tief nach Mordor hineinbringen und in die feurige Kluft zurückwerfen, aus der er stammt. Ich werde dir helfen, diese Bürde zu tragen, Frodo Beutlin. Du hast mein Schwert. Und du hast meinen Bogen. Und meine Axt. Wenn dies denn der Wille des Rates ist, so wird Gondor sich anschließen. Ohne mich geht Herr Frodo nirgendwo hin. Wir kommen auch mit. Neun Gefährten. Ihr bildet die Gemeinschaft des Ringes. Beber. Und jetzt pass auf. Trill. Leicht wie eine Feder und so hart wie ein Drehenpanzer. Mein altes Schwert. Stich. Die Klinge schimmert blau, wenn Orks in der Nähe sind. Und in Zeiten wie diesen, mein Junge, muss man sich besonders in Acht nehmen. Der Ringträger macht sich nun auf die Suche nach dem Schicksalsberg. Die Gemeinschaft wartet auf den Ringträger. Mordor Gandalf. Liegt das links oder rechts? Links. Links. Aragorn. Geh mal weg von deiner Ischida. So. Aha, jetzt haben wir sie auch noch freigeschaltet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt erst zum Pass von Karatras geht oder direkt nach Moria. Aber das Spiel war bisher... Hallo? Geht das nicht kaputt? Das Spiel war bisher so detailreich. Ähm. Ich glaube, es geht erst zum Pass. Beziehungsweise müssten ja erst die Späher Sarumans kommen. Die uns auf den... Die eigentlich auch nicht runterzuliefern haben. Ähm. Wieso wieder den Pass nehmen. Oh, was ist denn? Wer ist das denn? Oh, das ist der Nikolasse. Ich dachte gerade, was ist das denn für eine Blondine da? Oh, ich kann jetzt Pfeile schießen. Geil. Wofür brauche ich denn hier? Okay. was? Geht ihr den falschen Weg? Tatsache, ich gehe den falschen Weg. Ich gucke erst mal, was hier hinten ist. noch ein bisschen looten ja was ist denn mit Pippin hat er jetzt echt kein Eimer äh Pippin ja oh leg wieder failen jawoll Legolas gefällt mir was hat er dabei ok hä 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 wo hä wo muss ich denn hin boah wie sie da alle in den Bach fallen so und jetzt hier rüber so so gut Arakon ist schon verarschen so so Hätten wir nicht wenigstens ein Pferd mitnehmen können? Was ist eigentlich mit Sam's Pferd? Das verlieren wir doch erst in Moria. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wie der heißt. Ich komme bestimmt gleich drauf. Lutz, stimmt. Der alte Lutz. Pass von Karatras, ja genau. Okay. Die Speer von Saruman kommen dann wohl nicht. Wir müssen über den Pass von Karatras. Boromir, gib Frodo den Ring zurück. Mir ist es gleich. Wie so ein Junkie. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Oh mein. Ah, mit Legolas müssen wir jetzt hier oben gehen. Und was wollen wir denn? Ah ne, wo war das? Legolas? Der dürfte jetzt über den Schnee drüber gehen können. Tatsache. Legolas, der magersüchtige. Ah, jetzt weiß ich's. Ja, Mann. Wir hatten nämlich schon... Was ist jetzt los? Ich muss jetzt erst mit... Ah, ich muss erst mit... Hallo, was ist jetzt los? Trag sie mit einem großen Charakter. Oh. Okay. Aragorn. Du trägst Gimli. So. Dann wählen wir ihn aus. Oh, bam. Wow, was ein Move. Drücke J, dann H, um einen Sprungangriff auf den rüssigen Legoboden zu führen. Äh, J, dann H. Sehr schön. Gut gemacht, Gimli. So. Jetzt muss ich Gimli werfen, oder was? Tatsache. Fliegzwerg. Ah, jetzt komm ich... Hä? Achso, jetzt komm ich... Oh, fuck, ey. Diese drei Tasten hier. Die Steuerung ist echt gewöhnungs... Äh, bäh. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Äh, gewöhnungsbedürftig. Weil die vier Tasten, die ich hier benutze, neben ASD, sind K, J, H und U. Hätte man ruhig anders machen können. Ja, ich weiß, ich kann sie mir anders legen, aber jetzt habe ich mich schon so dran gewöhnt. Ich habe aber auch recht verhindert. Wie haben wir das? Okay, wir wollen halt den Fan auf dem Arm-Najhh. Warte, ich habe mir das eh nicht verhindert, dass ich hier immer am Failen bin. Aber noch mal dasselbe. Komm her, gib ich. Oh, kann ich die nicht da rüberwerfen? So, wieder wechseln. Ähm. Das da. Das da. Ich werde nochmal springen, schlagen. Ne, andersrum, schlagen. Ne, springen, schlagen. Da dachte ich nicht. Zurück. So. Geht's jetzt hier rechts runter? Ne, wahrscheinlich nicht. Was ist denn das hier? Boah, bin ich ja fast runtergefallen. Äh, Krabbel, Krabbel, Krabbel. Bumm. Ist das hier eigentlich ein Weg hier unten? Ah, da kann ich ja irgendwie rüber. Ah, das ist zu weit, ne? So. Das hier. Das hier. Ah. Perfekt. Noch alles schnell eingesammelt. Jetzt habe ich wieder so eine komische Schraube da oben. Jetzt muss ich hier echt alles einsammeln, weil ich die mal der gefüllt haben will. Spring. So. Ich seh zwar nicht, auf was ich da haue, aber egal. So, Gimli gefällt mir. Der macht hier alles kurz und klein. So, Legolas. Den müssen wir erstmal. Achso. Ja, die hat hier viel. Dass wir da... Was rüberhangeln können. Oh, Mann. Hallo? Was ist jetzt los? Ist das weit weg? Aha. Sprung. Akzeru. Oh, wie komme ich denn jetzt da hoch? Da ist nämlich die zweite Fahne von vier. Weh, ich komme da jetzt nicht hoch. So. Oh, ich will Gimli haben. Wo ist Gimli? Wo ist Gimli? Wo ist Gimli?